Die Intratrive MI Antriebe von Bosch Rexroth liefern uns die Möglichkeit, den Schwenk zu machen von der herkömmlichen Automatisierungstechnik mit wenigen Servoantrieben hin zu einer konsequenten Modularisierung unserer Anlage. Die Entscheidungsgrundlage, und das zeigen auch die Ergebnisse, waren für uns Einsparungen im Bereich Platz, Zeit und Kosten. Die Schaltschränke sind kleiner geworden, können in der Maschine integriert werden. Der Verkabelungsaufwand vom Schaltschrank zu den Motoren hat sich erheblich reduziert. Der Installationsaufwand in der Maschine hat sich ebenfalls erheblich reduziert. Zum Beispiel bießen wir Lichttaster und Initiatoren direkt an den Motoren an und benötigen dazu keinen zusätzlichen Installationsraum. Durch die Kompaktheit unserer neuen Taschentuchanlage, Flutus, muss der Kunde weniger Platz bereitstellen. Der Kunde hat eine hohe Flexibilität beim Betrieb der Maschine, ebenso bei Formatumstellung bis hin zu der Integration von weiteren Maschinenmodulen. Untertitelung des ZDF, 2020